Sind die Frau schon tot? Lebst du noch? Hallo? Lass mich raus! Lass mich raus! Kein Wort. Was ist denn hier los? Lass mich raus! Lass mich raus! Wer bist du? Sie sind nur die Kinder? Sie sind nur die Kinder wir haben. Lass mich raus! Na, musst du jetzt heulen? Echt? Das ist super! Aber wenn wir jetzt in Deutschland wären zum Beispiel und wir täten uns heiraten, dann wären wir doch eine türkische Familie, oder nicht? Halb deutsch, halb türkisch? Ja schon, aber verstehst du, dann bist du der türkische Mann und ich werde Frau, dann hätten wir ein türkisches Kind, das sieht man ja schon.